Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RCF 205, Regionalliga Bayern 2023-2024, zweites Spieltag, SV Strahlenberg, Henning gegen RCF 205, Ergebnis 2 zu 1. Startelf von SV, Strahlenberg, Henning, Rülke, Raimel, Richtner, Dreschung, Restover, Knochener, Stickert, Stikel, Schnabel, Rausprügel, Dachraffa, Startelf von RCF 205, Weinfurt 05. Witzel, Henschke, Willink, Graresilig, Pietwerchens, Blaue, Hafeuler, Brünen, Brünlein, Akkusu, Brübotser, Sonnen, Sturm, Jörg, Birri, das war's von SV Strahlenberg, Henning gegen RCF 205, 21.57.